Guten Tag! Ja, eigentlich ist Andy Borg immer gut gelaunt. Nur an diesem Tag, sagt er, war ich richtig hilflos. Ja, mein Rad war ab von meinem teuren Wagen und da ist man nun mal nicht so gut drauf. Ich habe auf den Pannendienst ganze acht Minuten gewartet. Das ist eine Frechheit, sagt er. Dann wollte der Pannendienst auch noch ein Foto von mir haben. In so einer Situation, was erlaubt er sich eigentlich? Dann fahre ich einen ganz modernen Audi und er hat gesagt, ob das ein Mercedes ist. Ich habe gesagt, das ist doch egal, wechseln Sie doch einfach den Reifen, damit ich wieder weiterfahren kann. Ich muss zu einer wichtigen Besprechung, da verdiene ich einen Haufen Geld. Andy Borg beruhigte sich aber dann und nach 45 Minuten konnte er auch schon wieder seine Fahrt fortsetzen. Er sagt scherzhalber, beinahe hätte ich mein Leben verloren. Bis dann. Ich lieb, bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.